Erholung in Goa seit den späten 60er Jahren erfreut sich Goa bei Indienreisenden großer Beliebtheit. Goa bietet so etwas für jeden Urlaubsreisenden. Wer nur Sonne, Strand und Meer möchte, findet hier kilometerlange Strände. Wer Urlaub und Erholung miteinander verbinden will, kann im Radisson in Goa beides haben, Sonne, Strand und Meer sowie bestes Aorvida. Betreut werden sie von kompetenten Ärzten und Therapeuten aus Kerala, die sich liebevoll den Leiden ihrer westlichen und indischen Klientel annehmen. Apartments und Unterhaltung im Urlaub Wer möchte kann sich stattdessen ein Apartment in einer schönen Anlage zu moderaten Preisen mieten und sich im Radisson den Massagen hingeben. Betty und David kümmern sich liebevoll um jeden Gast. Auch für junge Leute ist für Unterhaltung gesorgt. Neben Schnellboard fahren erfreut sich Gleitschirmfliegen bei den jungen Leuten große Beliebtheit. Bei einem Wechselkurs von 1 Euro gleich 54 Rupien können junge Leute hier sehr günstig Urlaub machen. Lage, Goa grenzt am Norden an den Bundesstaat Maharashtar und im Süden und Osten an Kanataka, sowie im Westen an das Arabische Meer. Die Hauptstadt Panjam liegt im Bezirk Tiswat und hat derzeit ca. 90.000 Einwohner. Der offizielle Name der Stadt lautet Panayi. Zwischen dem Norden und Kanataka erheben sich Ausläufer der Westhals. Das Klima ist mediterran bis subtropisch. Goa unterteilt sich in Bezirke, sogenannte Talukas. Goa gilt als kleinste Staat der Indischen Union. Verbindungen nach Goa Goa verfügt über einen internationalen Flughafen und ist über eine Eisenbahnlinie mit Goa verbunden. Bis vor einigen Jahren verkehrte eine regelmäßige Fähre nach Bombay. Aufgrund von dieben und technischen Problemen wurde der Verkehr eingestellt. Für Reisende verkehren bisweilen Luftkissenboote. Goa ist der einzige indische Bundesstaat in dem keine Prohibition herrscht. Alkoholische Getränke sind frei verkäuflich. Nicht zuletzt deshalb gilt Goa als Ziel nationale Reisenden. Die Sprachen sind, Konkani, Hindi, Kanada, sowie Portugiesisch, Englisch und Deutsch. Tourismus Der Tourismus in Goa begann in den späten 60er Jahren mit der Ankunft einiger europäischer Jugendlicher an Goas Stränden. So behauptet es zumindest die Legende. Es ist realistischer, anzunehmen, dass die Regierung Goas nach der Vertreibung der Portugiesen und dem gescheiterten Anschluss an die Indische Union in Portugal Werbung für den Tourismus gemacht hat. Da Fernreisen damals nicht üblich waren und Indien junge Leute faszinierte, kamen langhaarige Zuscharen an Goas Strände und lebten dort mit wenig Geld. Goas Infrastruktur konnte dies gut verkraften und die Reisenden in die Gesellschaft assimilieren.